Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Als Familienunternehmen sind wir immer getrieben von langfristigen Innovationen. Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir uns in der Branche bewegen? Der Treiber dieser Bauma ist einfach die Digitalisierung an der Baustelle. Am Schluss trifft es den Fahrer und da sind wir in der Kabine herausgefordert, Lösungen anzubieten. Wir haben hier zusammengearbeitet mit der Universität München, mit HoloLens und mit Vencom. Das sind verschiedene Firmen, die hier ihr Know-how bündeln. Zusammen haben wir eine Lösung angeboten, die am Schluss zu der Preisverleihung gestern Abend bei der Eröffnung von der Bauma geführt hat. Man sieht hier sehr schön, dass man die Baustelle erfasst, digital. Man kann dadurch alle Gefahrmomente erschließen, alle Sparten, alle Abläufe, alle Prozesse auf der Baustelle werden digitalisiert, werden in einem Programm zusammengeführt. Und diese Information gibt man über die HoloLens-Brille an den Fahrer weiter, um Sicherheit zu erhöhen, um Leerlauf zu eliminieren. Das sind die Gründe, warum man eigentlich versucht, die Baustelle besser zu überplanen und das tun wir hier.